So, hallo Leute, willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Roby und wir machen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 15. Und ich habe kurz davor diese Sonderaktion kurz gemacht für ein paar. Und ich habe ein paar Promocodes eingegeben, die aktuell sein sollen. Die habe ich schon voll vergessen. Free to Play Must Have, die ganzen Dinger. Schauen wir mal, was ich alles bekommen habe. So, Tignari hat Geburtstag, wie es aussieht. Dankeschön. Dann 50. Einmal. Gutscheincode, genau. Nochmal 20, das war wahrscheinlich die Sonderaktion. Und die waren auch nochmal 60, 60. Ja, ja, einiges. Alles umsonst. Free stuff ist bestes stuff, sage ich jedes Mal. Also die waren von Code C3. Und ich glaube, ja, Hinterkulissen. Das war ein Teil von der Promo-Code-Dings. Kann man nochmal ein paar einsammeln, wenn man immer Daily Quest macht und dann wieder einloggt da kurz bei der Sonderaktion. So. Ganze free stuff da. Was ist da? Musketten. Hier habe ich schon alles, glaube ich. legenden aufträge sind ab abenteuer stufe 26 verfügbar gut zu wissen was war dann kaya und so in der ersten vision gab es glaube ich gar keine legenden aufträge da waren die einfach so quests mit gold für die charaktere stimmt schauen wir die quest kurz an das abgeschlossene da stimmt ich habe zwar gemacht alle aber ich musste ja keine dinge dafür ausgeben diese schlüssel die mussten später ausgeben dafür man sammelt sie dann durch daily quests man kann man immer welche freischalten von den legenden aufträgen genau schon krass monster was für ein langer prolog ist ich glaube ich habe kein spiel so langes gehabt was war das gute zehn stunden spielzeit klar man kann sich ballern dann hast du aber trotzdem fünf stunden oder sowas war das nicht irgendwie bei final fantasy 13 glaube auch irgendwie so da haben es alle immer den anfang ich glaube die ersten zehn kapitel war ja ziemlich linear und haben es alle als ein prolog genannt bis dann auf der auf puls warst auf der neuen welt und auf der anderen seite der welt wo es dann so richtig los ging ein bisschen offenere welt und alles sondern farmen aufleveln ich habe schon jetzt falsch gedrückt genau das will ich so das sind unsere dailies heute machen wir kaffern genau schon mal markieren aber schnell die dailies und dann laufen wir nach liue nicht das futter vergessen die jute freestaff du 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 ja komm her mit eis ich muss nicht nur stone unturned easy kaputt schlägt und du komm mal runter erzähle ich nicht so ein busche geht doch einfach der ganze busch im weg mit gefrierung schaffen so schön wird leichter komm daun geht daun von der tschoppa in die fresse bye bye glaube ich eigentlich 612 dauert noch ein bisschen und hier um 7 wenn ich ein paar charaktere auf level müsste eigentlich gehen auf die nächste stufe habe ich so viel bücher aufstieg was bräuchte da wird sie auch nicht gehen weil ich dieses material wahrscheinlich nicht habe kaya könnte ich auf leveln 3000 sonst 16 ich bin geiztrag und zum bücher geht immer kaya mit gruppe dieser 20 ist ich bin der geizkrache das geht's aber die neue mission da ist noch eine ich mag es wenn die so nahen teleporter sind kurz zusammenschlagen mixe feuer schaden dazu sehr schön feuer gegen feuer sehr schön schön so easy geht das alles sieht gut aus oh 22 wunderschön noch ein level dann geht unsere story weiter schau mal dass wir die heute durchkriegen die abenteuerstufe das wäre am besten oder spätestens morgen mit den nächsten level von mit den nächsten abenteuerstufen äh mit den nächsten daily quests meine ich dass wir das dann durch klatschen können noch eine barrikade dahinten war lange durch schau mal schau mal schau mal was los anthony jetzt kann man den weg wieder benutzen danke reisender wir haben nicht viel geld und anna geht es auch geht es einfach nicht besser deswegen komme ich oft her um heilkräuter zu pflücken ich habe die kräuter gesammelt dann habe ich mich haben ich diese kerle angegriffen gut dass du in der nähe warst hier das ist für dich daraus mache ich anna auf t das hilft gegen ihre husten du bist auch oft raus nicht wahr pass bitte gut auf dich auf oh mission better kerl die juten wasser lilien so eine fehlt noch dieser den habe ich auch noch nicht aber erst ab 25 erst ab 25 erst ab 25 heißt ich kann den nicht mehr machen ich kann den nicht als teleport nutzen muss ich den guten alten laufenden machen nicht so schlimm kriegt man hin ich glaube wenn wir nach leo gehen kriegen wir es eigentlich relativ gut hin erstens viele neue kisten die ganzen teleports das wird dann schon klappen das wird dann schon klappen das wird dann schon klappen so wo ist denn wo ist denn hat er weiter hinter ok ah außen kriegen wir auch hin schau mal rein meine juten hilitsche freunde ich glaube ich habe alle kurz behindert und dann geht es los nur einer die ganze allein wache kommt komm her wenigstens dein scheiß schild jetzt ich mache ein tornado mache ein feuertornado draus easy sehr schön das sind gebrechliche steine sieht gut aus gefällt mir gefällt mir sag ich doch das gute erz diese kristallbocken finde ich glaube ich sogar mehr als das ist ding als diese weiße steine gefühlt obwohl ich glaube die kristallbocken sollen selten eigentlich sein das machen wir erst nicht kurs machen wir erst nicht kurs nice so geht es easy easy lemon squeezy nehmen wir auch alles mit nichts mehr oben an der decke ist auch nichts hier war ein steinchen hier war ein steinchen nix drin nur ein bisserl gemüse nix sonst nix da muss man hoch ok krieg mal hin er schläuft schon ein kleines stuhl entscheid dich kleines so schnell kannst du ganze feuer verbrennt ja jetzt sehr schön ... ... ... ... vielleicht kommt noch die Hilfe naja wo ist die muss die sich auch noch umschlagen ... ... easy easy und bye bye hier noch schöne sachen drin nichts aus das jute alte foto ein paar steinchen so machen wir uns auf nach liebe würde ich sagen das kann ich mir auch schon von anfang an offen weiß ich gar nicht mehr ich glaube ja weil drachen grad kann glaube ich nach liu ich bin jetzt gerade gar nicht mehr so sicher oder was nur und dann drachen grad dann liu weil sie ist gerade ich gar nicht mehr naja da ist noch was fließt auf ich sie schwanz und keine kiste nirgends nicht so sieht nicht so aus dann in die stadt meine letzten uhrgesteine abholen und die ganzen anderen bonis oh ich hatte etwas neues gesagt diesmal habe ich allerdings keine mission für dich sondern einfach nur ein paar abenteuerberichte in diesem abenteuerbericht geht es um den drachengrad in der nähe von monstert die gilde hat dort ein lager errichtet und eine reihe von abenteurern stationiert ich habe den ort auf der einer karte markiert sobald ankommt bis suchst du bitte eine abenteurerin namens iris sie wird sich über die situation diesem gebiet informieren das war's von mir viel spaß so ist ja genau jetzt würde eigentlich drachen ich bin grad anfangen ok zack 20 sehr schön belohnung sehr schön aber wohl vier stände nehmen lieber wär also wenn artefakte so 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 Jetzt geht's auf nach Liyue. Hm, schon ein bisschen was bekommen. So, schnellster Weg, glaube ich, war von hier aus. Ja, der ist auf 30. Das steht noch nicht bekannt. Dann steht der Belohnung für das Entdecken. Kann ich denn dann doch den Teleport machen, oder was? Ne, schau ich beim nächsten. Schau ich bei dem da. Wenn der schon gelb da steht, nicht noch unbekannt. Hopp, da haben wir was. Hallo. Den hau ich alle kaputt. Das schöne Feuer. Wunderschöne. So. So, so. So. Alles meins. Jetzt gehen wir zum schönen Liyue. Mit ganz viel Zeugs. So, lock'n, lock'n, kaputt geschlagen. Da ist nix. Hier ist auch nix. Lotus. Sehr schön. Sehr schön. Ich werde ketsch ab. Ich werde ketsch ab. ich kann ja nicht stehen gibt's free fish nice noch mehr free fish da läuft was natürlich will ich ohne geht es ja nicht sehr schön keine tolle offensichtlicher platz meistens nichts rechts die siegel stehen die geosiegel kommen auch so viel kommen hatte ich will vergessen zwei frösche ich mir jetzt schicken ich bin viele ist so du denkst du bist doch eigentlich strafensperre wochen treasure rumliegen easy wo ist die straußensperre steht irgendwo hier drin weiß gar nicht legende sehr schön you'll race me there, that's what you say jetzt bewegt er sich noch sehr schön ich glaube bei den geosiegel haben die die spiele gar nicht noch beim alten account habe ich glaube ich zwei stück 2000 stück und ich habe alles schon abgehört dass man den geosiegel abholen konnte das ist einfach nur random da bei den anderen ist nicht so viel unterschied wobei denen war schon krass die stelle weil durch diese blinken wo steinchen da wo zwei geosiegel immer drin sind ich glaube von aufträgen kriegst du mir einfach 2000 stück habe ich umliegen obwohl ich schon alles für die siegel eingesammelt ein paar hier reingerannt keine kichten keine kichten genau da der wand ist so ein mit geosiegel exe schwänzle da kommt so aus wir haben so klappt geht so was sehr schön sehr schön sehr schön den jügel lotus fertig und so wie die jünger heißen alles gibt es abenteuer nichts mehr dann weiter geht's mit krebs ich hab ihn mir kommt nichts alles wird verwertet die bräume kann man nicht abpacken okay schläflich schläflich die samt holz okay das neue sehr sehr schön oder immer noch annehmen da oben kann auch auf der kiste sein in den türmen wunderschönen frage ist er ganz oben soweit kann ich nicht klettern und das auch da ja alles im ding und mein erster teleporter er geht ihm 50 sehr schön ich war mir nicht mehr sicher bambu schlagen ja auch stimmt die bambu holz mein freund so perfekt hier war glaube ich letztens auch ein event aber auch schon wieder ein bisschen her irgendwas mit dichter was glaube ich an und kürzer lieber gast setzt sich ich hätte gern etwas tee ich verkaufe jetzt war keine berühmte die sollte aber tee den ich habe hat einen sehr guten geschmack ne nimm mal mit einfach dass wir ihn haben ich dachte vielleicht hat er auch Rezepte so so mir wohl ein buch ich habe gesehen da sehr schön verkaufst du was mein kind mache ich eine pause es bringt nichts sich aufzuheben was machst du da ich helfe großmutter nur ein wenig mit den verkaufsständen hier ich kenne alle teeverkäufer hier aus der gegend egal ob verkäufer oder von teeblittern oder teereiern ich bin mit ihnen allen vertraut sollte ihnen mal etwas dazwischen kommen bin ich die erste wahl auf ihre stände aufzupassen tante sie ist auch immer die jüngste aus werde ich gemein sein ist eine ankündigungstafel des steinthaus ankündigungen und bemerkungen können hier angebracht werden möge der herrscher über die felsen uns beschützen dass wir sicher in der fernen des landes ankommen und wir unser leben dort friedlich beginnen können es bleibt nur zu hoffen dass die akribische planung und die bereits gemachten fehler nicht umsonst gewesen sein das gefällt mir was ich da sehe und das rest wird sie voll irgendwo einer sieht wie das feuer aber nicht wunderschön auch das ist wunderschön dank you very much aus jetzt kommt auch schön ich habe es nichts geben wenigstens so abenteuer irgendwie sowas wäre auch geil sehr schön habe ich uns fallen gelassen da war noch eine kiste ja 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 okay we won't und nicht schusslbühne kein namende bruder wichtig schusselbirne weil du eine leere birne hast oder weil du bist das sieht doch geil aus ich habe immer gehasst als gegner deswegen habe ich auch immer so wenige wassertypen gehabt von charakteren her ich hab immer gehasst aufzuleveln ich glaube barbara war eine sehr lange zeit mein einzigste ich hau dich behindert ihr fahrt du ich das leben der einfachen männer und kinder ganz kurz ganz schnell behindert geschlagen weil wir sind family friendly wir töten niemanden wir schlagen die leute nur behindert so oft ich schon ausdrücke gesagt habe glaube ich nicht dass ich family friendly friendly bin nice und teleport so wie die la senora die ich immer schlampe nenne die schlampe wunderschön perfekt nochmal 50 läuft soll ich sie versuchen die so nervig wenn ich schon hier bin ich bin gespannt ob ich die schaffe weil die flugsding war auch nicht so schwer ich habe sie mir schwer vorgestellt wasser was ist eis komm raus ich habe Ja, das ist ein Bote, ja? Ja, voll daneben. Komm mal runter, Alter. Was ist denn chill, die da oben? Ich schaue den hier gar nichts ab. Komm wieder runter? Hey! Gerade den nervigsten Gegner zu mir geschickt. Ich hasse die Viecher. Ich hab keinen guten Bogen, du sollst geschickt mir wo. Hätte ich nur noch Fische. Da ging es ruckzuck. Oh, nee. Willst du mich was? Hup, hup. Komm runter. Ja, so ist besser. Moklenudeliger hat das. Ich kann nicht vom Leben. Da entsteh's, mein Freund. Sehr schön. Einmal wieder. Wunderschön. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. Das glaub ich schon selber nicht. Seh ich helpless aus? No. Seh ich verletzt aus? Vielleicht. Lalalala. Schieb wieder den nächsten Gegner. Die Kraft der Wasser ist seine Möglichkeit, die irgendeine Form zu nehmen. Bruce Lee, geh Wasser, mein Freund. Oh Gott, gestört, ey. Cool it, Baby, cool it. Hey, komm ihn! Boah, ist so gut. Die zocken viel ab. Das gefällt mir gar nicht. Die Krabben sind ja Schwertchen merkig. Be water, mein Freund. Be water. Be water. Oh, ja. Oh, ja. Hey. 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 Du siehst du weg, wie zocken die von ab. Alter. Und ich fand sie schon wieder. Lenkt euch mal auf den da. Wir sind doch die Tusse. Er auf das kleine Ding da gehen. Komm wir ja. Ihn Nervensehn. Ich dich doch. Lass mich ein bisschen halten. Ey, die Nerven jetzt schon. Ich wusste, dass ich ja am Anfang mega hasse. da kämpft die wüsste ich sie geht immer auf mich gut so klatscht das ding in die fresse nervt ihr nicht haben die behalten der schaue du deiner zu weg glück ist in der wasser für die alle schon mehr und geschlagen der städte wächst ich steuere ich dass du was jetzt schon wieder jetzt kann ich auch noch an ich habe die angriff hat oder bin ich zu langsam mit den angreifen es gibt die stäuche zocken viele ja das nervig ich heil zu wenig hier mit dem scheiß hier ja 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 dann wenn ich so ein bisschen schaden mache hier hier noch ein bisschen friezen alter die steuze zocken ja auch mega viel ab du und einer ist weg alter alter ich sag doch ich hasse das fisch ich hasse das so hart das glaubt ihr gar nicht das das gibt es nicht das das ist natürlich ja klar komm her ich sag ich hasse das fisch ich hasse so hart das stoffe noch mehr foto und ich war wenn ich darauf aufkommen können ich werde dich verhindert ey die power of water ist nur mir auf die eier zu gehen ich glaube da war auch heftig das gibt's nicht das gibt's nicht die steuche sind immer nervigst das gibt's nicht das ist doch Alter So Der jetzt schon mal weg Willst du mich verarschlein? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ein paar Spieße. Rettig Suppe. Stadt. Mit der Strophe mit euch. Bleib stehen. Einmalverbot. Gut so. Katastrophe mit euch misspüchern. Kopf mehr. Keine Ahnung. Halleluja. Ich sagte, das ist die nervigste. Ich habe es immer gehasst. Später, wenn ich hohes Level war und gute Ausrüstung hatte, ging es eigentlich mega schnell, weil du machst die Wasserviecher so schnell kaputt. Aber so wie jetzt am Anfang, wo ich das erstmal gegen die Kämpfe habe, das hat es so genervt. Ich muss noch 11 bis zur Ausrüstung geben und sie ihre alles auf Verteidigung gelegt. Oh, da muss hin. Zack. Geo-Siegel. Ich komme. Da war der Flugsbaum tausendmal leichter. Was brauche ich eigentlich für meine Charaktere, wenn ich Abenteuerstufe 25 bin? Also dieser braucht ja die Steine für Story einfach nur. Oh, stimmt. Amber, was brauchst du zum Beispiel? Ah ja. Wie hier. Flugs-Feuersamen. Heißt, ich muss ja schon mal den Flugsbaum finden, ey. Und Amber war... Äh, Noel war ziemlich weit weg, glaube ich. War das nicht dieser Geo-Hypostase oder sowas? Ja. Für Geo-Hypostase. Oh, die war auch doch irgendwo weit weg. War das nicht irgendwo hier irgendwas? Oh, nee. Muss ich ja schon mal finden. Katastrophe. Oh. Oh, mein Schweinchen. Alter. Ich muss lange nicht um die Kämpfe schon alles vergessen. Ich muss mich am besten gekämpft. Geht doch. Schön. Ach, dann ist doch nicht so schwer. Oh, wunderschön. Geht doch ein Geo. Geo, Geo. Unter. Ja. Müde Shit. Gefährlich. Ich fände ja saufen. Geht doch. Zwei Eis. Tick mir hier. Easy. Easy. Da hinten ist eine Angelstelle. Sehr schön. Oh, noch ein Geo. Äh, ja doch. Geo. Geomokulus. Oh. Da hinten ist ein... Dann kann ich eigentlich die Karte aufdecken, dass ich besser weiß, wohin ich bin. Wie hin. Weshalb? Noch mal zwei Urgestein. Über die Brücke. Über die Brücke. Da war auch ein... Der Kiste unter der Brücke. Wobei wir uns auch gleich. Wow. Sehr schön. Ein Fischle. Noch ein Fischle. Wunderschön. Ferteschwanz. Keine Ahnung, wie soll die heißen. Noch mehr Ferteschwanz. Ente. Kiste. Alles hier. Leave it out to me. Boah. Jetzt hab ich das so schnell schaff. Ihre Abklingzeit ist ja... ...grottenschlecht von meiner Noelle. Kannst du doch vergessen. Aber doch. Lange hält das Ding. Blinkt immer noch. Manche sind halt auf Zeit. Das ist mega nervig. Aber der hier. Blieb hier ewig. Dann ist gut. Ich lache, wenn es jetzt weg geht. All in a day's work. All in a day's work. Aber... ...wir machen gleich unseren Hauptcharakter. Können wir auf... ...Geo machen. Dann komm ich auch da ran. Es lohnt sich alles kaputt zu machen. Noch eins. Lassen wir erstmal die Karte aufdecken. Bevor wir irgendwas anderem machen. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Boom. Schon besser. Statue anbeten. Wie viel brauche ich? Zwei? Reicht schon. Perfekt. Alles darbringen. 153 Ausdauer. Sehr schön. Wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich dir? Es ist anders aus den Vision-Bearern. Es scheint, dass du physisch zwischen Elementen kannst. Wenn du so, dann musst du einfach eine Statue der 7-Elemente machen, und die Elemente reagieren, wie in Mondstadt. Wir sind jetzt in Lille, die durch Geo-Archon wurde. Das ist warum die Statue hier ein bisschen anders sehen. Wenn du überhaupt nicht verwendest, wenn du deine Tier-Elemente verwendest, kannst du sie einfach zurück von einer Statue der 7 in Mondstadt. Easy peasy, tausende Kilometer reisen. Von Land zu Land für Wechsel deiner Geo-Kraft zu Anemo-Kraft. Immer geil. So, so. Ist hier noch Wind? Mach mal aus ihr. Geo. Ah ne, ich muss hier, warte, als sie anfassen. So. Einklang mit der Geo-Kraft. Thank you very much. Sogar noch eine Herausforderung. Erhalte die Geo-Kraft. Eine Geo-Dings. Friere deinen Gegner länger als 10 Sekunden lang ein. Noch Probleme. Immer noch. Einerseits noch eine Herausforderung habe ich nicht angenommen. Da hinten noch. Irgendwas mit Oceane, die ich hasse. ich hoffe sie bleibt jetzt länger behindert bei den geodings kriegen wir mit unserer schönen geokraft da kannst du drauf klettern wunderschön weil hier sind viele puzzle die brauchst du die geokraft von der da ist noch ein geo das ist jetzt mit ihr die geokraft hat lohnt sich nur zum verteilen deswegen wahrscheinlich für die erkundung zu jemand anderes ist ein wind charakter ich habe das ist blöd das ist mein schlechtes faktor dann wechsel ich bestimmt nicht das ist sehr schön drei stücke dankeschön dankeschön was falsch rum kumpel starker zuhause braves hündchen kumpel was los mein retter in der not bitte hilft mir ja diesen hund davon er scheint sich aber zu mögen mögen er ist mir den ganzen weg gefördert hat mir sogar ins hosenbein gebissen starker wagen böse und pfui aber geht nicht weg kumpel was ich mache du bist ich bin ein rei ich freue mich dass mich endlich einer von dieser tölle befreit ich kann nicht weg machen der will nicht kriegt keine angst braves hündchen bleibt genauso schlacken tippen wenn es sein muss so truppe dann für die erkundung nehmen wir elektro mit beidou mit mache ich hier kurzer 40 zu 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 beidou ich brauche monstein und wir haben davon schon ein paar ausstieg einer fehlt mir zum blauen stein wir müssen hier überall rumliegen nicht ganz überall aber schon so bissel zack 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 wie soll ich hier kämpfen meine tuss ist nicht mehr so groß hm ja komm geh hoch kumpel ich wollte doch nicht mal muss noch mal machen hab den falschen knopf gedrückt ja gescheitert ja gescheitert alter ich hätte jetzt nicht geh hoch voll gescheitert nein der lebt noch und der andere lebt auch noch oder ja ey so fall dir nichts wasser aber und das steht ganz so hinten geh hoch wieso klettern nicht ne nervensegen wirklich du bist nur laut genug meckern dann schafft man es irgendwann elektro elektro natürlich muss noch einfrieren natürlich alles so nicht Bremsen so ich brauch ein Nachtjahre auf wo ist die Schwede die sind da drin oder was willst du mich laschen Starfall aber ich will so wie ich find sein mit hier Ding so geil den hab ich auch mit meinem anderen erkannt das nervt mich so hart ich hab ihn so versucht nicht gekriegt tat immer weh im Herzen immer weh immer mein 50-50 verloren oder es gab jemanden gleichzeitig den ich ein bisschen mehr wollte das wird dann auch weh ich will diesen einen Nachtjahre deswegen teleportier ich mich wieder dort hoch gleich wo ich vorhin den ersten gefunden hab ne ne ja falsche ich will doch nur dass du mich heilst oder sind alle schon geheilt sieht so aus ja si si holen wir erst den Geo da ist er zack 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 voll daneben da ist ein seli sieht auch schön aus der nächste wo kommt die Nervensegnade wunderschön another target track down kiauxi mein Kumpel und was jetzt was ist denn ja wer bist du denn jeder der die Brücke überqueren will muss sich einer Befragung unterziehen du obwohl wenn ich dich so ansehe du siehst nicht aus wie ein ganove warum denk doch mal nach wenn jemand etwas böses vorhat wieder sicher versuchen so unauffällig wie möglich da her zu kommen wo trägt man denn sowas auffälliges wie du was machst du hier denn überhaupt ich bin der hier zuständige Mille liegt da diese die Hauptverbindung zum Diwamon ist die sowohl Güter als auch Passanten überqueren wurde mir diese Wachposten zugeteilt jedoch ist das Gebiet für mich allein zum überwachen ein wenig zu groß vor ein paar Tagen bemerkte ich nämlich eine Horde Monster ganz in der Nähe es sah so aus als ob die Monsterhorde ein richtiges Lager aufgeschlagen hatte auch wenn sie gerade keinerlei Aktivitäten nachging Sicherheitsabstand muss jedoch sein man weiß ja nie es brennt brannte mir in den Fingern sie zu beseitigen aber ich habe mir Sorgen gemacht dass wenn ich meinen Posten verlassen würde vielleicht unschuldige Passanten in meinem Zuständigkeitsgebiet angriffen würden also habe ich es gelassen ich könnte beim Verkloppen dieser Monster da hinten etwas Hilfe gebrauchen dann kann ich mich endlich wieder anderen Problemen widmen ja sicher doch kein Problem Brudi ich danke euch vielmals ich werde dann hier auf meinen Posten bleiben damit niemand sich in der Tiefe des Duames verirrt mein nächstes Mal ich glaube du kannst mit mir bettche die schönen Aussichtspunkte wenn die ihm nur was geben würden dann wäre ich glücklicher hopp so wie das hier wenigstens 2 Uhrgesteine gierige Aussichtspunkte warte mal warte mal doch richtig ich dachte ich gehe in die falsche Richtung schrallelelelele schrallelelele muss wahrscheinlich alle gleichzeitig machen testen wir wie lange hält es ja den muss ich alle gleichzeitig machen schau mal ungefähr gleich entfernt beautiful so regelt man das mit einem gekonnten Kick auf dem Bogen was hier komm doch hoch Kollege oi da hat jemand was geschossen hä wer war das du Kumpel cool it to ashes aufwacht wunderschön wunderschön du Kumpel was ist gerade gegen einen Staun getaum geschossen ich bin ein megasmeife du wazuu oi Ein Reward auf der Straße! Vielleicht noch eine Kiste? Wie hab ich denn eigentlich schon? Uh, schon Hälfte Leben, äh, Hälfte Erfahrung bekommen! Sehr schön! Das freut mich! Erkunden macht am meisten Abenteuer! E-Pis! Sehr, sehr schön! Gehen wir weiter aneinander! Immer weiter runter! Immer weiter runter! Sehr schön! Free Stuff! Dankeschön! Dankeschön! Hey Kleiner, was geht? Ich will nur den Free Stuff! Und natürlich Free Fleisch! Perfekt! Seidenblumen! Aber ich weiß nicht mal mehr für welchen Charakter das ist! Aber, wir nehmen alles! Schade! Schade! Eine 9er! Wehe, gib mir hier keine Kiste! So wie hier unter den Dingern rausspringt! Zuckerblumen! Zuckerblumen! Ich wusste auch, das war so suspicious! Auf den Zelsen hier! Zack! Wie viele Truden haben wir jetzt schon gefunden? Die geben 20 pro Ding! Klar! Lust, die haben mir jetzt nichts gegeben! Das hat mich so ein bisschen genervt gerade! Das ist noch einer! Da, sag ich doch! Sowas ist immer suspicious! Mit der anderen Seite vielleicht auch! Nope! Hier springt keiner raus! Oh! Wir sind auch gleich ganz viele Set-Quests! Aber zuerst... Was haben nicht die schönen Sachen hier? Was haben die schönen Sachen? Hier kommen keine raus! Ist hier irgendwas? Ja! Ich kenn doch meine... Free Stuff Sachen! Wo die am liebsten rumliegen! Den sehen die machen wir auch gleich! Au! Ich hör schon wieder irgendwas Geo! Ein Bling Bling! Da seh ich ihn auch schon! Den nehmen wir doch auch gleich mit! Und... Hopp! Wunderschön! Nur Free Stuff ist guter Stuff! Merkt euch das! Aber nur hier bei Genshin! Nicht überall! Mai! So! Aua! Nochmal! Der ist eine Mission! Eine Mission! Wo war der Teleport? Ah! Der war ganz oben! Das reicht so in etwa Das war harte Arbeit Wohin führt diese Treppe da? Oh, du willst hoch auf das Gasthaus, nicht wahr? Da kommt ihr zu einer ungünstigen Zeit Die Treppe hat zwei kaputte Stellen Damit sich keiner verletzt hat Inhaber die komplette Treppe gesperrt Die Reparaturpläne stehen schon lange Aber es wird noch etwas dauern Bis die Treppe wieder begehbar sind Keine Sorge, die Treppe ist zwar momentan nicht begehbar Aber dieser Aufzug hier wird auch Seine Pflicht erfüllen Falls ihr es eilig habt, nach oben zu kommen Dann könnt ihr auch den Aufzug nehmen Und wenn ihr sowieso nach oben geht Könnt ihr mir helfen, das hier Dem Inhaber zu überbringen Ein Geschenk von meinem Geschäftsreisen Ja sicher doch Gut, dann geht mal hoch und passt auf Wo ihr hintretet Das Gasthaus ist doch recht hoch Von da oben herunter zu fallen ist kein Spaß Ich habe den Supergleiter, kein Ding Oh, ein Buch, ist dankeschön Free Stuff Sehe ich auch García Ich kenne dich doch Dieser Parameter und dieser Herr García? Nein, nein, fast Warte, nein Ah, faszinierend Wie faszinierend Herr García? Ah, Lutong Mein guter Lutong Hast du mir geholfen Dieses Gericht zu bestellen? Ja, die Rettichsuppe ist bestellt Wunderbar Wie rücksichtvoll von dir Lieber Lutong Ich bin mir sicher Dass wir dieses Mal Unsere Zubereitungsformel haben werden Ich freue mich darauf Wovon reden die denn da? Was ist überhaupt eine Zubereitungsformel? Keine Ahnung Lass uns nicht fragen Vielleicht forschen sie an einem neuen Gericht Du weißt schon Eines, das wir probieren können Pallmann, Pallmann, Pallmann Aber was hier? Ich frage das nächste Mal Ich wollte nur die Mission haben Das will ich nicht vergessen Ich will dich nicht vergessen Nehmen wir den Aufzug Natürlich Wo ist denn der aber? Das ist die gute Frage Die nicht jeder kennt Komm ich da nicht durch Oder was ist denn da los? Ja, nicht mehr was liegen gelassen So, der Aufzug ist Der hier wahrscheinlich Oder doch nicht Doch da Ah, Ki-Stick Sehr schön Ich liebe Ki-Stick Und ist irgendwo ein Seelie Von oben nach unten So am leichtesten Komm, auf, auf Geht doch, ich dachte schon Ah, ich sehe eine Kiste Noch eine Kiste Sehr gut, von oben nach unten Sind wir am besten Teleport anmachen Perfekt Aber nie wieder benutzen Den Aufzug Da war die eine A reward on the road A reward on the road My lovely Aether Oder wie du heisst Oder was dein Bruder Aether So, Brian Mach mal die weg So, Brian mach mal die weg Nope Dann ab nach oben mit uns So Sprech mit Kassier Wieso habe ich dich als Mission Angewählt Ich verstehe es nicht Was beobachten Schau mal Was In diesem Becken Liegt ein großer Stein Piper meint Dies sei Ein Steingarten Aber werden sie Nicht gewöhnlich In Gärten Oder Innenhöfen Aufgestellt Welchen Sinn hat es Einen Hier draußen Zu platzieren Oben Auf diesem Steingarten Befindet sich Etwas seltsames Es sieht aus Wie eine Art Zeichen Piper scheint Sehr besorgt Zu sein Naja Da wir auf einer Reise sind Halten wir einfach Ausschau Und Nach Bergen Die wie diese Steingarten aussehen Es wäre gut Wenn wir etwas finden Verstanden Vielleicht ist es irgendwie So eine Abbildung Und wenn man hier gleich Durchsieht Keine Ahnung Ich habe noch so viele Sachen schon gemacht Aber man weiß nicht mal Mehr wie was wo So Hier ist bestimmt einer Ja Sag ich doch Oh Und sogar eine Kiste Sehr schön Noch irgendwas Sieht nicht so aus Aber die Kiste Holte ich auch gleich Da ist sie ja Da ist sie Jute Kiste Aber ab morgen Können wir wahrscheinlich Story weitermachen Da reichen schon Die Dailys Level ab Sehr schön Irgendwo ist noch ein In die Richtung In die Richtung Ist es ein Baum? Ne oder? Ne weiter in die Richtung Hier drin Auch nicht Irgendwas gelbes Ah da Ich sehe ihn doch schon Zack Dann nochmal zwei Geo-Siegel Wunderschön So Nochmal hoch Und Falsche Quest Mal Ahnung Wo er mit der Kassier Ausgerüstet hat Wo ist Hua Da Catherine Ich komme bald Ich verspreche es Gute ist fast Level 20 7 754 Ja Da bauen wir drei Mit Beidou fasst ein Der fehlt Genau Wird nur ein Jahr Dann kriege ich noch einen Habe ich acht Kaya macht neun Der wird mein Rosario ist schon Razor könnte ich schnell machen Perfekt Die 825 Ausstieg Oh ein Wolfshacken fehlt Aber ich weiß Wo die gibt es Deswegen Nicht so schlimm Lisa Wie sieht es bei dir aus Hab ich dein Material schon Jep Perfekt Wunderschön Wunderschön So jetzt hab ich acht Unsere kleine hier Machen wir die neun Yes Der gute Gute Chris Duff Dann machen wir doch Kaya voll kurz Dann kann ich auch wieder Mit Rosario spielen So Und dem hab ich auch alles Wunderschön Dass wir noch Wenigstens ein Ding machen können Eine Ziehung Ich will eigentlich Einen ersten Gold Fünf Sterne Charakter Wunderschön Wunderschön So Was kriegen wir Schönes Jetzt Bin ich gespannt Komm schon Komm schon Fünf Sterne Fünf Sterne Fünf Sterne Komm 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 Wenigstens guten Vier Sterne Komm Jemanden den ich mag So ein Fischel Wach Komm schon Komm schon ůWiwafe Waffen Scheiße ist nichts ich habe charaktere für die ganzen fünf stelle sachen so das gute ist jetzt schon 300 das macht vier sobald der neue mond anfängt kann ich gleich viel stück kaufen von denen und der verwobenes schicksal sehr schön dann habe ich schon so gut wie die ersten in drei tagen habe ich schon gleich zähne zu ziehen wenn ich das mit urgestein nicht folgen die tausend sechst du hast katastrophe du sagst du 50 ziehungen haben wir schon und ich hatte schon eine fünf stelle ziehung so krass auch wenn es nur eine waffe war nicht schlecht und noch ein schicksal bekommen jetzt habe ich hier eins und auch eins ja so vier sterne bogen ich habe fünf sterne voll umsonst noch kein vier sterne charakter bekommen kein bogen charakter katastrophe kann man ein bisschen aufleveln machen wir das schön aufladerat 13 15 gleich sehr schön ich muss sagen es hat wegen ganz bisschen nicht gereicht wegen einem artefakt habe ich nicht auf 16 geschafft katastrophe das war nur ein buch das war nur ein buch rezept auch sehr schön aber ich hatte kein artefakt komm hier ist bestimmt eine kiste noch ein buch oder ja auch keine kiste es gibt sie gar nicht ich habe schon ein paar gefunden aber ich dachte wir werden mehr hier naja ich sag doch jetzt habe ich keinen windcharakter dabei das war ja auch nie dendro kyro hydro elektro elektro kyro geo die war mein einziger an emo scheiße naja machen wir kurz komm meine schöne wie gibt es planet hole das die ich es Schade. Leider nicht. Tschakka tschak. Äh, falsch Richtung. Da bin ich zu schnell weggeflogen. Hab ich alles. Wunderschön. So. Machen wir wenigstens auf 16. Wunderschön. Sogar eine Herausforderung bekommen. So. Da habe ich Liwei, genau. Oli, was geht? Ich muss in die Richtung. Ich höre, du hast einen Job für mich. So. Ich höre, du hast einen Job für mich. Ich habe leider keinen Animo-Charakter. Su. Su, Su, Su. Genau. Schau mal. Da müsste auch irgendwo noch ein Teleportationsding sein. Oder war das weit weg? Weiß ich gar nicht mehr. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Boah, der ist halt unten. Ne, das machen wir dann nächstes Mal. Dauert noch ein bisschen. Leute, das war es mit Teil 15 von Genshin Impact. Wir haben jetzt die Hälfte erst geschafft von Reisen nach Liwei. Katastrophe. Ganz hinten ist es. Äh, das ist doch dieses. Wo ich jetzt da hinschaue. Von diesem Stein-Dings da. Hey, eben sieht man was Neues. Warte, warte. Da. Mit dem kleinen Ding. Aber der Baum ist voll im Weg jetzt. Der ist schon Rester. Ja. Ah ja. Genau so sieht es aus. Muss ich mir merken. Aber Leute, das war Teil 15. Also ich schaue gerade auf, wenn ich wieder anmache. Dass ich es weiß. Das war Teil 15. Ich hoffe es hat euch gefallen. Subscribe, kommentiert. Hier war Roby von R&R Production. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.